Wunderbar und hiermit ein herzliches Willkommen beim nächsten und vorerst letzten Vortrag heute bei den Tux-Tagen und heute bzw. jetzt geht es um die Nextcloud. Erstmal eine Frage, was ist das? Am Ende wahrscheinlich jeder von euch hat irgendwie mal Google Drive oder Dropbox oder Rondrive ist es, glaube ich, auf der Microsoft-Seite und ganz viele andere Cloud-Services gibt es dort draußen im Internet und die haben aber alle, ich sage mal, eine Besonderheit bzw. ein gewisses Problem und zwar haben wir die Kontrolle nicht darüber, was mit den Daten zu 100% geschieht. Die sind irgendwo ausgelagert, meistens oder häufiger sind da tatsächlich dann die Datenschutzbestimmungen, ich sage mal in gewisser Weise ausbaufähig und am Ende gehört uns das System nicht selber und wir haben nicht die komplette Kontrolle darüber. Und das ist da, wo Nextcloud anschließt. Nextcloud bringt eine komplett freie Cloud, eine Open-Source-Cloud, die man beispielsweise auch selber hosten kann und das Ganze tatsächlich komplett kostenlos, wenn man das sich direkt installieren möchte. Natürlich bedarf das ein bisschen, ich sage mal, Erfahrung, damit man das überhaupt machen kann. Ansonsten gibt es da auch verschiedene Dienste und verschiedene Optionen, wie man eine eigene Nextcloud dann nutzen kann, ohne da jetzt auch unbedingt richtig viel Geld auszugeben. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was das Ding denn jetzt eigentlich so kann und tatsächlich ist Nextcloud seit 2016, soweit ich weiß, auf dem Markt. Davor war es OwnCloud, die Gründer meine ich bzw. das Projekt hat sich 2016 gesplittet. Jetzt gibt es noch einmal OwnCloud und auf der anderen Seite einmal Nextcloud. Und ich würde sagen, Nextcloud hat sich eher an den Endanwender mehr gerichtet, an uns Leute. Auch wenn das Ganze für große Unternehmen geht, hat Nextcloud da eher, jedenfalls aktuell, auch die mediale Überhand. OwnCloud gibt es aber auch noch und die sind immer noch in gewisser Weise in verschiedenen Funktionen sehr ähnlich, weil es war einmal die gleiche Software. Ja, wir sind ja auf der Webseite nextcloud.com. Die kommen sogar aus Deutschland. Ich meine, der Sitz ist in Stuttgart. Viele Unternehmen nutzen die Nextcloud, darunter Siemens, der Bund, französische Ministerien, Unis, die Wikimedia Foundation, Versicherungen und noch vieles, vieles mehr. Also da gibt es doch eigentlich einiges. Kann man für Schulen verwenden, aber natürlich auch zu Hause selber. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Ich habe hierfür eine Demo-Cloud, die ich unter anderem auch als Teil des Linux-Arbeitsplatzes habe. Das ist so ein Projekt, was ich jetzt seit einigen Monaten am Start habe. Und da ist die Nextcloud auch ein Teil davon. Und ich würde sagen, da starten wir einfach mal. Ja. Und da sind wir tatsächlich auch direkt in dem Dateimanager. Ja, es gibt es hier, wenn man hier startet, so ein paar Beispiel-Dateien. Ich zeige euch einfach mal ein paar Sachen, was man denn damit machen kann. Wir haben natürlich einmal unsere Ordner. In die kann man reingehen. Wir haben verschiedene Dateien. Die kann man dann hier auch direkt im Webbrowser beispielsweise öffnen. Oder man kann Dateien auch bearbeiten, beispielsweise online. Beispielsweise habe ich jetzt hier eine .docx-Datei. Ich klicke einmal da drauf. Und jetzt in dem Fall ist hier OnlyOffice in der Nextcloud integriert. Das heißt, man hat in der Cloud, in dem ganz normalen Firefox-Webbrowser, hier einen Online-Editor auf seiner eigenen Hardware. Der Server, den ich hier gerade hier zeige, der steht tatsächlich direkt neben mir. Und ich kann darauf immer zugreifen. Das ist tatsächlich ziemlich schön. Und dann kann ich jetzt hier irgendwas bearbeiten oder schreiben. Aber das belasse ich jetzt erstmal dabei und gehe einmal zurück. Und neben der ganz normalen Dateiverwaltung können wir natürlich auch tatsächlich Dateien weiter kontrollieren. Und zwar den Zugriff darüber. Und hier gibt es nämlich so eine Teilen-Funktion. Ich klicke einmal da drauf. Und dann können wir das entweder mit anderen Nutzern auf der gleichen Cloud teilen. Wir können aber auch hingehen und einfach irgendeine E-Mail-Adresse eingeben. Beispielsweise jetzt hier irgendeine Test-E-Mail-Adresse hier, test.linuxguides.de beispielsweise. Und dann könnte ich das an diese E-Mail-Adresse schicken. Und dann hätte derjenige, der bekommt eine Benachrichtigung und kann dann auf diese Datei zugreifen. Ich kann aber auch einfach nur einen Link erstellen. Das heißt, jeder mit dem Link kann jetzt mit der Datei etwas einstellen. Und ich kann auch konfigurieren, was mit dieser Datei oder was mit diesem geteilten Objekt passieren soll. Was man damit machen kann. Ich gehe hier einmal auf die drei Punkte und sage Link anpassen. Und dann können wir hier einstellen, ob die Datei nur angezeigt werden soll. Oder ob auch beispielsweise die Bearbeitung erlaubt werden soll. Und dann können wir das Ganze noch mit Passwörtern versehen. Mit einem Ablaufdatum, Notizen und so weiter. Also da ist doch einiges mit dabei. Wenn wir einen Ordner teilen, beispielsweise nehme ich jetzt hier. Ich erstelle einfach meinen Ordner. Das mache ich hier oben unter Neu. Ich wähle neuer Ordner aus und gebe einfach mal Upload ein. Ich bin sehr kreativ heute. Und dann gehe ich hier einmal auf dieses Teilensymbol. Haben wir sogar schon hier rechts oben geöffnet. Und dann klicke ich auf Link teilen. Und bei Ordnern kann ich zusätzlich, wenn ich mal da drauf klicke, auch einstellen, dass ich beispielsweise die Dateiablage einstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt den Link jemandem teile und ich schicke dem per E-Mail diesen Link zu, zeige ich euch mal, wie das im privaten Fenster aussieht, dann kann er hier eine Datei auswählen und dann halt eben in die Cloud hochladen. Das heißt, wenn mir jemand eine Datei schicken soll, dann kann ich ihm einfach so einen Link schicken. Und genau, dann kann er die Datei so hochladen. Das nutzen wir unter anderem auch bei den Talkstagen hier. Das heißt, alle Vortragenden, die haben dann verschiedenes Material genau über so einen Link hochgeladen. Und wir können dann darauf ganz entspannt zugreifen. Ja, genau. Das geht eigentlich, oder das ist, ich sage mal, dieses Sharing-Feature, was ich persönlich auch sehr, sehr häufig und sehr gerne mit der Nextcloud nutze. Ansonsten, wenn man verschiedene Gruppen oder Arbeitsgruppen hat, dann kann man auch Gruppenordner erstellen. Beispielsweise habe ich jetzt hier mal beispielsweise einen Teams-Ordner, beziehungsweise einen Ordner für das Sales-Team erstellt. Und da sind dann verschiedene Dateien drin, die dann alle, auf die dann alle zugreifen können, die in der Gruppe Sales in dem Fall sind. Und dann kann ich da auch super gut mit meinen Kollegen oder Mitarbeitern das teilen. Oder was ich auch privat selber habe, ist mit der Familie die ganzen Fotos und Rezepte teilen. Das, dafür nutzen wir aktuell auch die Cloud privat. Unter anderem vor allen Dingen in dem Dateisegment, sage ich mal. Ja, man kann diese Dateien nicht nur im Web bearbeiten, man kann das Ganze auch auf dem Rechner dann ziehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Und zwar können wir einmal, beispielsweise jetzt hier in Linux Mint, was wir ja auch vorhin installiert haben, einmal ein Konto hinzufügen unter Internetkonten. Ich war mal wieder viel zu schnell. Da haben wir es. Das Öffnen war ganz einfach. Und dann kann man entweder auch ein Google-Konto hinzufügen oder Microsoft, beziehungsweise Microsoft Exchange und so weiter. Ich möchte jetzt aber mit Nextcloud da hingehen. Und das ist tatsächlich ziemlich einfach gestaltet. Ich kopiere mir hier die Adresse von meiner Cloud raus und gebe einen Benutzernamen ein. Das ist in dem Fall der Max. Und das Passwort gebe ich auch ein. Ich wähle Verbinden aus. Und dann muss ich jetzt hier nochmal meinen Schlüsselbund entsperren, jetzt bei dem Linux. Und dann habe ich das Konto hinzugefügt. Und jetzt, wenn ich in meinen Dateimanager gehe, dann kann ich auf all diese Dateien hier unter dem Netzwerk zugreifen, sehe ich, dauert ein bisschen das eingehängt zu haben. Diese Funktion nutze ich selber weniger, weil ihr seht, aktuell dauert das sogar ein bisschen länger. Manchmal braucht er auch da, ich muss jetzt einen Doppelklick machen, dann hat das jetzt geladen. Manchmal braucht er hier nochmal so ein bisschen zusätzliches Bauchpinseln. Von daher, so mal schnell auf die Dateien zugreifen ist super. Wenn man wirklich jeden Tag genauso mit den Dateien arbeiten möchte und vor allen Dingen auch mal Dateien durchsuchen oder große Mengen an Dateien verschieben möchte oder sowas, dann ist diese Einbindung nicht die beste, bin ich ehrlich. Da gibt es aber noch eine andere, die zeige ich euch noch in einem Moment. Und dann haben wir hier auch alle Dokumente und so weiter. Und beispielsweise hier dann auch genau das Dokument Welcome to Next.Tab, was wir vorhin im Online-Editor geöffnet haben, können wir natürlich auch im Offline-Editor öffnen hier. Genau. Ja, das funktioniert zum einen, aber was es auch gibt, ist einmal den Nextcloud Desktop-Synchronisations-Client. Den können wir uns von der Anwendungsverwaltung herunterladen, also ganz normal, ich sage mal der App Store von Linux Mint. Da warten wir mal kurz, bis das geladen ist. Da haben wir es. Ich suche mal nach Nextcloud und dann wähle ich hier einmal Nextcloud Desktop aus und wähle Installieren aus und wähle Fortfahren aus. Das dauert jetzt nur noch ein Momentchen. Ich darf mein Passwort eingeben. Das Ganze ist installiert. Ich starte den Kollegen einmal durch. Am Anfang kommt aktuell eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht, warum die kommt aktuell, aber das ist gerade bei jedem ersten Nextcloud-Start so. Einfach ignorieren. Und dann kommt jetzt hier der Anmelde-Bildschirm. Dafür brauchen wir auch genau wieder diesen Link, mit dem wir das im Web raus eröffnen. Nebenbei, ich habe jetzt hier eine Cloud im Internet, das heißt, die kann ich von überall aus der Welt erreichen, sobald ich Internet habe. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, beispielsweise die Familien-Cloud, die wir selber nutzen für große Teile, die ist komplett offline. Das heißt, man kann nicht von außen darauf zugreifen, sondern nur im internen Netzwerk. Das kann man dann so konfigurieren, wie man möchte. Dann nimmt man dann halt eben die Adresse, wie man das eben haben möchte. Und da helfen wir auch notfalls dann auch bei der Einrichtung, wenn es da noch Fragen geben sollte. Ich wähle einmal Anmelden aus. Ich gebe einmal den Link zu meiner Cloud ein. Ich wähle Weiter aus. Und jetzt öffnet sich hier der Browser, indem wir unseren Client hier einmal anmelden. Ich sage mal Zugriff gewähren. Das Konto ist nun verbunden. Perfekt. Und jetzt fragt er uns, ob er alle Dateien auf den Rechner synchronisieren soll. Und das mache ich jetzt in dem Fall. Ich entferne hier sogar die Häkchen, dass er mir alles runter synchronisiert direkt. Und ich wähle einmal Verbinden aus. Und dann lädt er jetzt physisch alle Dateien runter, so wie ein Dropbox-Client oder andere Dateien, sage ich mal. Und dann haben wir die Dateien nochmal physisch vor Ort. Der ist jetzt in dem Fall schon fertig, weil es ist nur ein Test-Account. Hier in unserem Nextcloud-Ordner. Und dann haben wir hier auch alle Dateien und Ordner, wie wir sie im Web haben. Und wenn ich jetzt hier etwas ändere, dann synchronisiert er das hoch. Und wenn ich das auf mehreren Rechnern einrichte, was ich beispielsweise auch selber eingerichtet habe, ich habe auch eine ganz eigene private Cloud, womit ich wirklich tagtäglich arbeite. Mittlerweile ein sehr, sehr essentielles Feature geworden. Und dann läuft das einfach. Und das ist tatsächlich eine ziemlich schöne Sache. Und ziemlich zufällig ist sie auch. Ja, das wäre so dieses Datei-Sharing-Feature, was meiner Ansicht nach eigentlich immer noch das Highlight der Nextcloud ist. Wobei die Nextcloud mittlerweile dann doch nochmal um einiges, ja, ich sage mal, gewachsen ist. Wir haben nämlich jetzt hier noch weitere Apps. Ich habe das jetzt hier mal so angepasst, so wie ich es empfehlen würde. Am Anfang gibt es nochmal so ein Dashboard, wo man dann nochmal so eine Übersicht hat. Meiner Ansicht nach ist die Seite aber eher nutzlos, wodurch ich die App bei mir deaktiviert habe. Wo man das machen kann, das kann man einmal hier dann unter Apps machen. Ich bin jetzt hier als ganz normaler Nutzer angemeldet. Wenn man Administrator ist, dann kann man hier nochmal ein bisschen mehr in die Einstellungen gehen und dann die Apps aktivieren, deaktivieren. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich empfehle, so wenig wie möglich Apps auf der Nextcloud zu nutzen. Gehen wir doch mal alles andere durch. Hier haben wir einmal eine Fotoverwaltung, beziehungsweise eigentlich was zum Fotos anschauen und dann sehen wir jetzt hier verschiedene Fotos und Videos, die ich dann mir hier auch in der Diashow beispielsweise anschauen könnte. Genau, das war es eigentlich auch schon zu Fotos. So häufig nutze ich das noch mehr zu sein. Nicht. Es gibt auch tatsächlich verschiedene Apps für Nextcloud, also einmal fürs Android und einmal für iOS, wo man dann seine Fotos beispielsweise, die man geschossen hat, direkt automatisch in die Cloud hochladen kann, in diese Nextcloud. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Muss ich aber sagen, hat immer mal wieder Schwierigkeiten. Ich höre da auch von verschiedenen Leuten, die wir da betreuen, immer wieder so Probleme, dass diese App, vor allem diese Hochladefunktion, nicht so super zuverlässig funktioniert. Hoffentlich kommt da demnächst mal ein Update seitens Nextcloud, dass wir da hier ein bisschen besser, ich sage mal, uns darauf verlassen können. Ansonsten kann man natürlich immer noch die Fotos nehmen und dann halt manuell auf die Cloud ziehen. Das geht auch. Ja, eine E-Mail-Funktion gibt es auch. Das heißt, wenn man irgendwie unterwegs ist irgendwo, dann kann man tatsächlich auch seine kompletten E-Mails hier, ich sage mal, einrichten und dann hier auf E-Mails antworten, E-Mails lesen, neue E-Mails verfassen und so weiter. Das ist fürs Erste nicht schlecht, ist aber noch sehr ausbaufähig. Also ich selber empfehle immer noch Thunderbird zum Nutzen. Aber so, wenn man mal gerade kein Thunderbird da hat oder irgendwo unterwegs ist und nicht seinen normalen Arbeitsplatz sozusagen hat, dann könnte das mal hilfreich sein. Ansonsten, was aber viel hilfreicher ist, sind die Kontakte. Ja, man kann tatsächlich seine Kontakte synchronisieren. Ich habe das so gemacht, dass ich das mit Thunderbird synchronisiert habe. Also hier einmal mit dem E-Mail-Client. Tatsächlich auch direkt mit dem System, wobei ich das gar nicht so nutze, aber vor allem auch mit meinem Handy. Das heißt, wenn ich in meinem Handy einen neuen Kontakt anlege, dann erscheint er auch direkt in der Cloud und dann später in Thunderbird und umgekehrt. Und dann habe ich quasi eine zentrale Kontaktdatenbank für mich und muss nicht schauen, okay, auf welchem Gerät habe ich jetzt diesen Kontakt angelegt. Pustekuchen, weil das Ganze wird halt auch synchronisiert. Und das ist tatsächlich dann eine ziemlich schöne Sache und man kann gefühlt alles in diesen Kontakt eintragen. Also wirklich alles. Also da werdet ihr auf jeden Fall wirklich zufrieden sein mit den Funktionalitäten und das funktioniert tatsächlich auch großartig, würde ich sagen. Und habe ich auch nie Probleme gehabt. Außer bei Android ist die Einrichtung ein bisschen hakelig. Wenn ihr die Einrichtung von Android mit der Nextcloud haben wollt, dann habe ich da ein Video zugemacht. Schauen wir mal, ob wir es hier direkt finden. Hier ist es Android Handy an Nextcloud anbinden. Kann ich euch sehr empfehlen. Und dort habe ich eigentlich alles Wichtige gezeigt. Meiner Ansicht nach ein Muss für jeden Nextcloud Nutzer, der ein Android Handy hat. Genau. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit dem Kalender. Meiner Ansicht nach auch einer der besten Features der Nextcloud, die ich auch am meisten nutze. Und zwar haben wir jetzt hier einen Kalender mit verschiedenen weiteren Kategorien oder eigener Kalender, die man da erstellen kann. Auch mit anderen Leuten teilen kann natürlich. Aber auch beispielsweise dann auch Einladungen erstellen kann. Wenn ich jetzt hier einen neuen Termin erstelle und ich sage hier einfach mal Test, dann kann ich tatsächlich hier entweder erstmal einen Ort hinzufügen. Das ist erstmal cool. Aber ich kann hier unter Mehr einmal auf Teilnehmer gehen. Und dann kann ich hier E-Mails eingeben oder Nutzer oder Kontakte, die ich hier habe. Und kann das dann beispielsweise dem Jean schicken. Der müsste hier irgendwie zu finden sein. Genau da ist er. Und dann kann ich hier einmal auf Speichern gehen. Und der Jean bekommt jetzt eine Einladung per E-Mail, die er dann bestätigen kann. Und hat dann auch alle Informationen. Und bekommt tatsächlich auch eine ICS-Datei, dass er das auch super einfach in seinen Kalender integrieren kann. Das ist einfach spitze. Man kann tatsächlich auch die Belegungen von anderen Leuten anzeigen lassen. Vor allen Dingen, wenn der Benutzer halt eben angemeldet ist. Ich gehe hier auf die drei Punkte und irgendwo kann man die Belegungen anzeigen lassen. Ach da unten. Belegte Zeiten anzeigen. Und dann sehe ich, okay gut, wer ist wann belegt und wer ist frei, sage ich mal. Und das ist tatsächlich eine ziemlich schöne Sache. Also kann ich sehr empfehlen. Wird dann für jeden Nutzer hier aufgelistet. Also von daher, dieses Kalender-Feature ist meiner Ansicht nach auch ganz, ganz große Klasse. Einen Kritikpunkt habe ich hier noch. Und zwar automatisiert, beziehungsweise aktualisiert dieser sich nicht automatisch. Das heißt, wenn ich irgendwie, das passiert bei mir häufiger, wenn ich mehrere Kalenderfenster in verschiedenen Tabs offen habe, dann und auf dem einen Tab sozusagen was mache, dann aktualisiert sich das nicht in den anderen Tabs. Oder auch wenn jemand anderes was einträgt, dann muss ich hier aktiv einmal auf Neuladen drücken, damit ich die aktuellsten Informationen oder den aktuellsten Kalender bekomme. Das ist sehr, sehr schade jetzt hier im Webinterface, aber bei den anderen Geräten funktioniert das soweit. Kann man ganz einfach über CalDAV einbinden, wem das was sagt. Tatsächlich, wir haben ja vorhin die Nextcloud in unser Linux Mint integriert. Das reicht tatsächlich auch schon für unseren Kalender. Ich klicke hier einmal auf den Kalender und tatsächlich wird hier auch der Kalender von der Nextcloud runter synchronisiert. Und das ist meiner Ansicht nach auch einfach ganz große Klasse. Funktioniert natürlich auch mit dem Handy-Kalender. Aber ich denke, dafür brauche ich, oder da brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Ja, weiter geht es einmal mit den Notizen, die ich euch zeigen möchte. Habe ich früher ganz, ganz häufig benutzt, war meine Notizen-App. Nutze ich vor allen Dingen auch noch auf dem Handy. Mittlerweile habe ich dafür aber auf dem Rechner eine andere App gefunden. Die nennt sich Obsidian. Das nutze ich jedenfalls aktuell. Und ja, funktioniert für mich einfach ein bisschen problemloser und ein bisschen schneller, sage ich mal. Ansonsten ist das einfach eine ganz einfache Notiz-App. Ich kann hier Überschriften hinzufügen. Ich kann Text hinzufügen. Ich kann Listen einfügen. Ich kann Bilder einfügen. Ich kann Tabellen einfügen. Was ich nicht einfügen kann, sind Audio-Dateien beispielsweise. Aber ich kann beispielsweise Dateien aus der Nextcloud verlinken. Ich glaube, das müsste gehen. Link zur Datei oder Ordner. Das ist eigentlich ganz cool. Oder ein Link zur Webseite. Alles mögliche. Ich denke, das ist klar. Und dann kann man das noch in Kategorien einteilen. Einmal hier. Diese Kategorien finde ich. Ich muss immer danach suchen. Ich glaube hier. Und dann wähle ich einmal Details aus. Also bei den drei Punkten Details. Und dann finde ich hier die Kategorie. Genau. Und dann kann ich hier eine Kategorie definieren. Und dann ist das Ganze in der Kategorie untergeordnet. Ja, passt soweit. Das Schöne ist tatsächlich, dass das am Ende Markdown-Dateien sind. Die dann da gespeichert werden. Wem das was sagt, für den ist das jetzt cool. Wem das nicht sagt, alles okay. Das Schöne ist, dass diese Dateien halt eben quasi mit ganz, ganz vielen anderen Editoren kompatibel sind. Und man sich das tatsächlich dann so schön aufteilen kann. Also ich nutze das tatsächlich auch noch regelmäßig. Aber mittlerweile nur noch auf dem Handy, die App von der Nextcloud und auf dem Desktop tatsächlich dann obsidieren. Aber ich könnte es ja auch noch im Web weiter nutzen. Dann auch nochmal eine weitere schöne Sache ist einmal das Deck. Also dort kann man einmal verschiedene Projekte organisieren. In solchen Karten, so ein Kanban-Board. Wenn jemandem Trello was sagt, das ist quasi die Alternative. Und ist meiner Ansicht nach auch ungefähr genauso mächtig. Ich glaube Trello hat sicher noch die ein oder andere Funktion mehr, die man aber wahrscheinlich nie braucht. Alle wichtigen Funktionen sind dabei. Unter anderem Notizen, Ablaufdaten. Man kann die Karte verschiedenen Leuten zuweisen. Man kann Anhänge, ich sag mal, auf diese Karte setzen. Und man kann hier auch eine Diskussion anfangen. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und von daher ist man da auch ziemlich gut. Das kann man natürlich auch wieder mit anderen Teams teilen oder mit anderen Gruppen teilen. Das ist jetzt hier beispielsweise das Deck vom Sales Team. Und dann genau haben alle Nutzer, die halt eben in der Gruppe Sales sind, auch direkt genau dieses Board. Meiner Ansicht nach eine sehr schicke Sache. Dann geht es weiter einmal mit einer neuen App. Die ist noch gar nicht so lang drin in meiner Konfiguration. Da bin ich aber über verschiedene Kunden drauf aufmerksam geworden, dass die die nutzen. Vielleicht kennt ihr Microsoft SharePoint. Wenn ihr es nicht kennt, am Ende kann man da sehr, sehr einfach, ja, ich sag mal, Ressourcen oder ein Wiki erstellen, sag ich mal. Oder Anleitungen erstellen, die das ganze Team in Anführungszeichen sieht. Und dann kann ich hier ein neues Kollektiv erstellen und nenne das einfach mal, ja, keine Ahnung, Linux Guides Projekt Board. Beziehungsweise Projekt Wiki besser gesagt, weil das Board wäre dann eher auf Decke zu finden. Und dann kann ich jetzt hier entweder Benutzer oder eine Gruppe hinzufügen. Hier gibt es jetzt nur die Sales Gruppe, von daher füge ich mal die Sales Gruppe hinzu. Ich wähle erstellen aus. Und dann habe ich jetzt hier so ein eigenes Wiki erstellt und kann jetzt hier verschiedene Seiten in diesem Wiki erstellen. In diesem Kollektiv heißt das. Und kann dann hier Informationen mit allen, ich sag mal, gleichzeitig teilen. Und man hat sozusagen so eine Dokumentation in gewisser Weise, die man dann mit verschiedenen Leuten, genau, bearbeiten kann, einsehen kann, exportieren, drucken und noch viel, viele weitere Sachen machen. Genau. Also ist eigentlich auch eine ganz nette Sache. Ist am Ende auch genau das gleiche Format, unter dem die Notizen laufen. Das heißt, das ist in gewisser Weise auch mit kompatibel, auch mit vielen, vielen anderen Systemen. Genau. Dann geht es weiter zur letzten App. Unsere Zeit ist nämlich auch schon fast vorbei. Und zwar ist das Aufgaben. Ja. Aufgaben ist so einfach, wie man es sich vorstellt. Wir können hier genau Listen hinzufügen, also neue Aufgabenliste hinzufügen. Oder ich habe hier eine prinzipielle, schon mal eine Aufgabenliste. Kann hier Aufgaben erstellen und kann hier auch Unteraufgaben erstellen. Beispielsweise hier, keine Ahnung, Rasenmähen. Wobei, wir haben den Winter, ne? Dann müssen wir eher Laubrechen. Ja, mhm, nicht so schön. Gott sei Dank noch nicht Schneeschippen. Das kommt dann erst. Ich hoffe, man schreibt Rechen so. Ich hoffe es. Sonst wird es peinlich. Ja, aber das haben wir hier. Und dann kann ich jetzt hier so eine Unteraufgabe auch nochmal weitere Teilaufgaben hinzufügen. Ich kann ein Ablaufdatum setzen. Dann wird das auch im Kalender beispielsweise eingeteilt. Nehme ich jetzt hier einfach mal rein. Kann den Status einmal auswählen. Den Termin auswählen, was dann passieren soll und Notizen dazu hinzufügen. Schlagworte, alles mögliche. Ich persönlich nutze es als ganz einfache To-Do-List. Nutze ich immer mal wieder. Und das kann man natürlich auch mit dem Handy verbinden. Ist ganz klar. Das heißt, wenn mir irgendwas einfällt, ich trage es mir in die Notizen-App ein auf dem Handy und das wird überall synchronisiert. Und man kann sich sogar auch eine Tasks-App auf Linux Mint installieren, die das auch synchronisiert. Ja, nutze ich jetzt aber dann, wenn dann tatsächlich im Web-Interface. Genau. Das wäre es eigentlich soweit dazu. Und dann sind wir erstmal fertig mit der Nextcloud vielleicht am Ende. Wie kann man Nextcloud jetzt selber nutzen? Entweder man geht den eigenen Weg, dass man kann sich Nextcloud tatsächlich ganz einfach im Internet herunterladen. Die Server-Datei und das auf seinen eigenen Server schmeißen ist am Ende ganz viel PHP und ein bisschen MySQL. Und das war es eigentlich auch schon. Kann man tatsächlich ziemlich einfach nutzen. Man kann aber auch beispielsweise, wenn wir hier auf Get Nextcloud gehen, Try Nextcloud, Nextcloud-Server glaube ich, Devices. Man kann auch, ich sage mal, Geräte kaufen. Beispielsweise TrueNAS oder U-Boss-Box, Nitro-Box, HomeDrive, Syno-Cloud, alles mögliche. Oder genau, man kann das Ganze auch im Web hosten. Da gibt es auch verschiedene Hoster. Oder beispielsweise würde mir Heads-Nas-Storage-Share einfallen. Die haben am Ende eine Nextcloud, wo man auch relativ viel selber machen kann. Ansonsten Hosting.de gibt es beispielsweise auch. Da kriegt man auch so eine, das nennt sich dann Managed Nextcloud, weil man muss selber nichts administrativ machen, sondern kann das Ding einfach nur nutzen, wenn man sich nicht beschäftigen möchte. Oder tatsächlich auch nochmal ein ganz, ganz kurzer Shoutout. Wir bei Linux Guides helfen natürlich auch gerne bei Nextclouds. Also fast alle unserer Kunden haben tatsächlich auch so eine Nextcloud mit drauf. Und genau, sind damit eigentlich super zufrieden. Das ist dann im Gewand des Linux-Arbeitsplatzes auch auf jeden Fall zu empfehlen. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe auch schon mal einen Livestream gemacht, wie wir eine Nextcloud selber aufziehen. Oder ein Video dazu, auch auf YouTube. Je nachdem. Wahrscheinlich, wenn du jetzt Otto Normalverbraucher bist, macht wahrscheinlich hier ein Managed Server am meisten Sinn. Wenn du ein bisschen mehr machen möchtest oder ein bisschen mehr Kontrolle über deine Daten haben möchtest, dann empfehle ich dir natürlich persönlich den Linux-Arbeitsplatz. Ja, das wäre es soweit gewesen und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Jetzt geht es dann gleich in die Fragestunde. Dort könnt ihr uns dann nochmal komplett durchlöchern rund um Linux und freie Software und natürlich auch zu Nextcloud. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.